Walter Kabel, der Mord im Sonnenschein Der Detektiv Harald Harst Gelesen von Gerry Hungbauer Der erste Tag im Hotel Harst sagte in jenem etwas lebhaften Tone, den er mir gegenüber zumeist anschlägt, wenn ich wieder einmal bewiesen habe, dass ich tatsächlich noch recht unzulänglich als sein Privatsekretär und Gehilfe bin, Denn lieber schraut, jeder erfolgt, hängt von der Sorgfalt unserer Arbeit ab. Eine Kleinigkeit vernachlässigen heißt das Ganze aufs Spiel setzen. Vergessen Sie nicht, dass wir diesmal als Konkurrenten der Offiziellen, also der Kriminalpolizei, in Erscheinung treten werden und dass meine Millionenwette so gut wie verloren ist, wenn die Offiziellen uns erkannt haben, Denn dann finden wir überall mehr Steine auf dem Weg, als uns zuträglich sein kann. Nein, unser Erfolg wird umso sicherer sein, je mehr wir dafür sorgen, dass niemand in uns Harald Harst und Max Schraut verbutet. Deshalb reisen wir auch getrennt nach Hamburg. Treffen uns dort und kehren vereint hier nach Berlin zurück. Inzwischen wird dann unser junger Freund und Verbündeter, Karl Malke, hoffentlich die Stelle als Liftboy erhalten haben, sodass wir zu dreien an meine neue Aufgabe herangehen können. Als er so zu mir sprach, waren wir kaum zwei Stunden aus Centewo wieder in Berlin eingetroffen. Während der Eisenbahnfahrt von Malchin hatte Kommerzienrat Kammler, der Beauftragte der Wettgegner Harsts, diesem die zweite der zwölf Aufgaben genannt, die mein Gönner und Brotherr sämtlich zu lösen verpflichtet war, falls er eben nicht seinen Wetteinsatz eine runde Million einbüßen wollte. Diese neue Aufgabe lautete, restlose Aufklärung des an dem Geldbriefträger Willem Schmiedecke im Hotel Sonnenschein verübten Raubmordes. Ich brauche über dieses Verbrechen, das acht Tage lang das Tagesgespräch in Berlin hauptsächlich wohl deswegen bildete, weil der Mörder nicht weniger als ein Dreiviertelmillion an Bargeld und Wertpapieren in die Hände gefallen war, hier nur das Nötigste anzugeben, denn es dürfte noch ziemlich frisch in aller Erinnerung sein. Am 3. Mai kehrte der Geldbriefträger Schmiedecke von seinem Bestellgang, auf dem er sehr viele Banken, Geschäfte und Privatleute zu besuchen hatte, nicht zurück. Da kurz vorher schon ein anderer Geldbriefträger in eine Falle gelockt, ermordet und ausgeraubt worden war, wurden an demselben Abend die sorgfältigsten Nachforschungen nach Schmiedeckes Verbleib angestellt. Doch erst am 4. Mai mittags fand man ihn zufällig im Hotel Sonnenschein in Zimmer Nummer 47 tot auf, gefesselt an einen Stuhl und mit einer Leine erdrosselt. Die Kriminalpolizei hätte fraglos noch längere Zeit nach ihm suchen müssen, wenn eben nicht dem Zimmerkellner von Nummer 47 aufgefallen wäre, dass er die beiden Herren, die die Zimmer 46 und 47 seit etwa 14 Tagen bewohnten, seit dem 3. Mai mittags nicht mehr gesehen hatte. Er meldete dies dem Hotelbesitzer August Schütze. Ein Schlosser öffnete dann die Tür von Nummer 47, da die beiden Herren in die Schlösser mit Schützes Erlaubnis Schlosssicherungen hatten anbringen lassen, die ohne Hilfe eines Fachmannes sich nicht aufsprengen ließen, wollte man nicht die Tür halb zerstören. Zum Entsetzen der Eintretenden entdeckte man nun den verschwundenen Postbeamten, neben dem die völlig gelehrte Ledertasche lag, tot auf dem Stuhl unter einer darüber geworfenen Bettdecke. Die beiden Bewohner von 46 und 47, die sich als Vater und Sohn Kaufleute Emil und Viktor Reupert aus Bremen ausgegeben hatten, waren mit ihrer Beute also längst über alle Berge, als der Ermordete gefunden wurde, und hatten einen Vorsprung von etwa 24 Stunden, was gewiegten Verbrechern, und um solcher handelte es sich hier doch fraglos nach der ganzen Art der Vorbereitung und Ausführung, voll aufgenügt, alle Spuren hinter sich zu verwischen. So war es auch. Die Kriminalpolizei war am 12. Mai als Kammler meinem Brothern die neue Aufgabe stellte, bei der Untersuchung des überaus schwierigen Falles noch keinen Schritt weitergekommen, wenn man von einigen unwesentlichen Feststellungen absieht. Emil und Viktor Reupert hatte geradezu der Erdboden verschluckt, Obwohl der Ältere, der angebliche Vater, ein auffallend langer, dünner Mensch mit einem Feuermahl an der linken Wange gewesen war, während Viktor, das waren natürlich alles angenommene Namen, in ganz Bremen gab es keinen Kaufmann Reupert, einen künstlichen linken Arm gehabt hatte, beide also besondere Kennzeichen besaßen, die ihre Verfolgung wesentlich hätten erleichtern müssen. Am 12. Mai abends gegen 7 Uhr hatte Harald Harst jene eingangs erwähnten Sätze gesprochen und dann hinzugefügt, immerhin brauchen wir diesmal nicht zu befürchten, dass diese neue Aufgabe, wie es bei der vorigen der Fall gewesen, durch die Zeitungen, die ja meiner Wette spaltenlange Artikel gewidmet haben, wieder in alle Welt posaunt wird. Ich habe Kammler verpflichtet, dieses zweite Problem, ebenso wie die ferneren, bis nach der jedesmaligen Erledigung, streng geheim zu halten. Trotzdem will ich keine Vorsicht versäumen, damit wir wirklich inkognito im Sonnenschein absteigen, wie ich schon sagte. Sie fahren noch heute Abend, natürlich verkleidet, und ich folge morgen früh. Morgen Nachmittag treffen wir uns im Alster-Pavillon, gegen 6 Uhr. Sie besorgen inzwischen in Hamburg einen eleganten, fahrbaren Krankenstuhl und ein paar ältere Koffer, sowie allerlei gebrauchte Sachen zum Füllen der Koffer. Wir werden reich gewordene, einfache Leute darstellen. Danach richten sie sich bei den Einkäufen. Während er mir diese Befehle erteilte, saß er an seinem Stutzflügel in seiner Bibliothek und fantasierte leise über Motive aus Wagners Walküre. Seine geliebte, süßlich duftende Miraculum hing ihm im Mundwinkel. Er spielte künstlerisch, und es war ein Genuss, ihm zuzuhören. Nach einer Weile erklärte er dann ganz unvermittelt, »Ich habe die Berichte in den Zeitungen über den Schmiedeke-Fall gesammelt und sehr genau studiert.« »Sieh doch auch«, schraut, »nicht wahr?« »Gewiß, vor kaum zehn Minuten«, erwiderte ich. »Was ist Ihnen dabei aufgefallen?« »Diese Frage kannte ich schon.« »Mir sollte auch bei der Geschichte in Centervo so alles Mögliche auffallen.« Aber Harst stellte ebenzu große Ansprüche an mich als seine bescheidene Hilfskraft. Er maß zu sehr mit eigenem Maße. »Wie konnte ich wohl wie er, der doch für den Detektivberuf geradezu hervorragend begabt ist, sofort überall da Besonderes wittern, wo ganz winzige Unstimmigkeiten in dem Tatsachenmaterial sich zeigten?« Ich antwortete der Herr auch jetzt diplomatisch. »Vorläufig ist mir nichts aufgefallen. Ich werde die Berichte aber nochmals durchsehen.« Er schlug ein paar dröhnende Bassakkorde an, »die wie ein ärgerlicher Ausruf klangen.« Dann sanken seine Hände von den Tasten herab. »Ich glaube weder an das Feuermahl des einen noch an den künstlichen Arm des anderen«, sagte er. »Die beiden Burschen haben als geriebene Verbrecher diese besonderen Kennzeichen nur vorgetäuscht, um nachher desto sicherer zu sein. Wer einen solchen Millionenraub plant, darf auf der Wange keinen talergossenen, rotbraunen Fleck haben und wählt sich nicht gerade einen Einarmigen zum Komplizen.« Ich wagte zu bemerken, dass doch der Zimmerkellner von 46, 47 verschiedentlich gesehen hätte, wie Viktor Räupert nur den rechten Arm gebrauchte, während der linke Unterarm mit der Handschuh bekleideten künstlichen Handstock steif auf dem Tisch ruhte. H. stand vom Flügel auf, meinte, »Na, warten wir ab, liebe Schraut.« Die Offiziellen schwören scheinbar auch auf diesen künstlichen Arm, genauso wie sie auch den Fehler begehen, dem Hause Pressburger Straße 5 viel zu geringe Beachtung zu schenken. Doch genug jetzt davon, rüsten Sie sich, es wird Zeit. Ihr Zug geht 9.45 Uhr ab Leerter Bahnhof. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, aber der Herr, der dann den Hamburger Zug bestieg und es sich an einem Fensterplatz zweiter Raucherabteil bequem machte, war mindestens 60. Nun, für mich als früherer Schauspieler ist Maske machen nicht schwer. Harst hat's wieder von mir gelernt. Kurz vor Abgang des Zuges kam noch ein langbärtiger Kerl herein, der einen starken Fuselgeruch mitbrachte und der offenbar leicht angetrunken war. Sein Gesicht war die typische Säuferphysiognomie. Und trotzdem, es war Harst. Erst als wir zehn Minuten unterwegs waren, sprach er mich an. Wir waren die einzigen Reisenden in unserem Abteil. Wir unterhielten uns nur über nebensächliche Dinge, bis Harst mir dann die neueste Abendzeitung reichte und auf eine bestimmte Stelle darin deutete. Ich las die dick gedruckte Überschrift. Es war eine Anzeige in Größe 6 x 6 cm. Fünf Pressburger. Darunter wünschen die Bekanntschaft hübscher, heiratslustiger junger Damen zu machen. Diskretion zugesagt. Briefe unter KW 111 an die Expedition dieser Zeitung. Ich ließ das Blatt sinken. Da beugte Harst sich weit vor und flüsterte mir zu, es ist die erste Spurschraut. Merken Sie sich. Im Annoncenteil steht manchmal mehr als unter aller Neuestes. Gute Nacht. Ich schlaf jetzt. Er lehnte sich in seine Ecke zurück, streckte die Beine aus und schien wirklich in kurzem Eingeschlummer zu sein. Mein Ehrgeiz hielt mich dagegen noch lange wach. Ich grübelte über Harsts Worte nach. Erste Spur. Ich sann und sann. Dann kam mir wie ein Blitz die Erleuchtung. Ich erinnerte mich. Harst hatte ja Pressburger Straße 5 erwähnt. Und in der Anzeige hieß es 5 Pressburger. Ja, diese scheinbare Heiratsannonce hielt er für den Beginn einer Fährte. Ohne Zweifel. Ich muss hier einfügen, für die Leser, die die Einzelheiten der Mordsache Schmiedeke nicht mehr genügend gegenwärtig haben, dass der Geldbriefträger, lebend zuletzt im Hause Pressburger Straße 5, von der Frau Regierungsrat Walter gesehen worden war, gegen 11 Uhr vormittags am 3. Mai, der er eine Postanweisung auszuzahlen gehabt hatte. Er war dann also fraglos von der Walter direkt nach dem um die Ecke in der Fröbelstraße liegenden Hotel Sonnenschein zu den Räuperts gegangen, obwohl er noch in den Gebäuden bis zum Hotel hin eine Menge Bestellungen zu erledigen hatte. Daher nahm die Kriminalpolizei auch an, dass die Räuperts, die fast täglich Geldbeträge per Post erhalten hatten, ihn durch die Zusicherung eines guten Trinkgeldes dazu bestimmt hatten, gerade am 3. Mai seinen Bestellgang zu unterbrechen und zu einer gewissen Zeit sich bei ihnen einzufinden. Ich war sehr stolz darauf, dass ich den Zusammenhang zwischen der Anzeige und Pressburger Straße 5 entdeckt hatte. Als ich dann in Hamburg Haas diese mitteilte, sah er mich fragend an. »Na, und weiter?« meinte er. »Ja, was denn weiter?« sagte ich, etwas unsicher. Er klopfte mir auf die Schulter. »Lieber Schraut, das Weitere ist ja gerade die Hauptsache. Doch lassen wir es jetzt.« Den 13. Mai überblieben wir in Hamburg. Am 14. Morgens reisten wir nach Berlin. Mein Krankenstuhl stand im Gepäckwagen. Ich fuhr erster Klasse und war jetzt der frühere Gutsbesitzer Michael Schrammel aus Neuhof bei Hamburg, der infolge eines Schlaganfalls, zumeist von seinem Pfleger und Diener Heinrich Hinkel, welcher bescheiden in der dritten Saas gefahren werden musste, und der in Berlin einen berühmten Professor konsultieren wollte. Das Hotel Sonnenschein in der Fröbelstraße war damals ein erst zwei Jahre alter Prachtbau mit allem modernem Komfort. Der Besitzer August Schütze, ein früherer Oberkellner, konnte mit seinem Einfall, sein Hotel nicht wie üblich Astoria, Zentral, Kontinental oder so ähnlich getauft zu haben, sehr zufrieden sein. Hotel Sonnenschein, Sonnenschein, das behielt jeder. Das wirkte erwärmend, lockend, vielverheißend. Und Hotel Sonnenschein war denn auch immer sehr gut besetzt. Wir hatten von Hamburg aus telefonisch nach freien Zimmern gefragt, drei belegt und fanden daher bei unserer Auskunft alles in Nummer 30, 31, 32 bereit. Wir lagen den bewussten 46, 47 in der zweiten Etage schräg gegenüber und dicht an der Haupttreppe und dem Fahrstuhl. Harst spielte den langjährigen, treuen und vertrauten Diener vorzüglich. Er trug eine solide Nickelbrille, leicht ergraute kurzen Vollbart und zu einem fertig gekauften blauen Anzug mit ehrbaren Harmonika-Hosen Schaftstiefel, die stets nach Tran dufteten. Seine leicht gerötete Nase verriet eine kleine Vorliebe für Alkohol in niederform. Seine Stimme war stets rau wie ein Reibeisen und seine Geschwätzigkeit und unterwürfige Höflichkeit gegenüber dem Hotelpersonal mustergültig. Wir hatten deshalb drei Zimmer genommen, um im mittelsten, 31, vor Lauschern völlig sicher zu sein. Harst schlief in 32 und ich in 30. Und 31 war der gemeinsame Wohnraum, wo wir auch die Nebenmahlzeiten einnahmen. So begannen wir also am 14. mittags an Ort und Stelle mit unserer Arbeit. Nun, ich will den Mund nicht zu voll nehmen, denn mein Teil an dieser Arbeit war recht bescheiden. Gleich nach unserer Ankunft packte mein treuer Heinrich Hinkel mich ins Bett, da ich angeblich von der Fahrt sehr angegriffen war. Er brachte mir Bücher, Zeitungen, Ess-, Trink- und Rauchbares und verspannt bis gegen 9 Uhr abends. Ich langweilte mich über die Maßen trotz eines Kriminalromans, den er mir gekauft hatte und der recht spannend war. Wenn man aber selbst an einer Verbrecherjagd beteiligt ist, hat selbst die beste Detektivgeschichte nur wenig Reiz. Endlich schien mein alter Heinrich dann und erklärte nun, bei mir bleiben zu wollen, half mir beim Anziehen und führte mich in unser Wohnzimmer. Hier ließ er die Maske fallen, nachdem er die Doppeltür nach dem Flur verriegelt und über das Schlüsselloch noch ein Tuch gehängt hatte. So, lieber Schraut, jetzt können wir mal für eine Weile wir selbst sein, meinte er und setzte sich in den zweiten Korbsessel, zündete sich eine seiner geliebten Miraculum an und sog den Rauch mit Behagen ein. Zwei von den Offiziellen habe ich schon herausgefunden, fuhr er fort. Ich kenne sie noch von meiner Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft her. Tüchtige Leute sind's. Besonders der Kriminalwachtmeister Schilling, der hier jetzt den Oberkellner mimt. Der andere tritt als Hotelgast Geschäftsreisender auf. Mit Schilling habe ich mich bereits angebiedert. Er hält mich für durchaus echt als Heinrich Hinkel, das merkte ich. Hält mich außerdem für einen harmlosen Schwätzer, der gern guten Cognac trinkt. Übrigens, unser Karl ist auch schon da. Er sieht in seiner Liftboy-Uniform mit angeklebtem Scheitel wie eine uniformierte Hopfenstange aus. Er hat jetzt Dienst und fuhr mit mir nach oben. Als ich mich ihm zu erkennen gab, war er nicht im Geringsten überrascht. Sagte nur, Herr Haas, Sie müssen den Kopf gebückter tragen. Mit der Kopfhaltung sind Sie noch zu sehr Assessor. Ich habe sie beide gleich erkannt, als sie ankamen. Ein tüchtiger Junge, sehr brauchbar. Er ist seit gestern hier in Stellung. Seine geringe Lohnforderung ließ ihn zwanzig Mitbewerber aus dem Felde schlagen. Und unsere Sache? Wie steht's damit? Fragte ich, denn ich konnte mir nicht gut denken, dass Harst all die Stunden erfolglos außerhalb unserer Zimmer zugebracht hätte. Hm, unsere Sache. Faul, oberfaul. Diesmal hat mir Kammler ein bemaltes Eisenstück als Nuss zum Knacken gegeben. Na, na, es wird schon werden, tröstete ich. Sie haben doch die Anzeige zum Beispiel die fünf Pressburger, von denen Sie ja behaupten, es wäre die erste Spur. Er beschaute seine Fingernägel, die jetzt Hoftrauer zeigten, weil ein Heinrich Hinkel aus Neuhof bei Hamburg doch nicht gut mit tadellosen Nägeln herumlaufen konnte. Auch ein Eisenstück lässt sich schließlich breitschlagen, meinte er, immer im halben Flüsterton. Das ist meine einzige Hoffnung jetzt, nachdem die erste Spur in nichts zerronnen ist. So? Schade. Darf ich nicht Einzelheiten darüber hören? Gewiss. Ich war auf der Zeitungsexpedition. Vier volle Stunden. Um dreiviertel sechs kam eine junge Dame mit dem Ausweis und holte die eingelaufenen Offerten unter KW111 ab. Es waren nur zwei. Mithin muss sie schon die Hauptmenge vorher geholt haben. Sie öffnete die beiden Briefe sofort im Expeditionsraum an einem der Schreibpulte, machte ein sehr enttäuschtes Gesicht und fuhr dann mit einem Omnibus bis zur Karlstraße, wo sie im Fremdenheim Pestel wohnte. Sie heißt Gertrud Holt und sieht auch recht Holt, wenn auch ebenso traurig aus. Sie ist die Tochter des Rechnungsrats Holt aus Eberswalde und sucht hier eine Stellung als Gesellschaftsdame, Empfangsdame oder dergleichen. Ich verdanke diese Einzelheiten der Pensionsinhaberin, der Witwe Pestel, bei der ich seit heute ein Zimmer belegt und für acht Tage für einen Neffen vorausbezahlt habe, der morgen ankommen soll und nie ankommen wird, da der arme Junge, der ja gar nicht existiert, erkranken wird. Auf diese Weise kann ich häufiger bei der Pestel mich zeigen, die offenbar für Geld alles tut, auch spionieren. Aber wozu dies alles, wenn sie doch von der Anzeige sich nichts versprechen, meinte ich mit ehrlichem Erstaunen. Worauf Harst die vierte Miraculum am Stummel der dritten anrauchte und entgegnete, »Oh, die Gertrud Holt gefällt mir, lieber Schraut, hauptsächlich deswegen, weil sie sich mit ihren Eltern eines Menschen wegen überworfen hat, der ein Taugenicht sein soll. Und Taugenichtse interessieren mich immer.« Er gehnte zwanglos. »Ich hatte gehofft, fuhr etwas lebhafter vor, dass ein Mann die Offerten einfordern würde. Insofern ist diese Spur ein Fehlschlag, aber nur insofern, lieber Schraut. Gute Nacht. Bemüde. Sie finden wohl allein ins Bett.« Ich lag noch eine Weile wach und schlief dann mit der Überzeugung ein, »dass Harst es mit mir jetzt wieder genauso machte wie in Centewo, wo er mich auch zumeist mit halben Andeutungen abspeiste.« Gertrud Holt war ihm »interessant«, arme Gertrud. »Dieses Interesse eines Harald Harst für deine holde Person ist nicht ganz ungefährlich.« Der neue Gast Die beiden ersten Erfolge meines Brotherrn und Gönners, zugleich auch meine beiden ersten schriftstellerischen Versuche, ich meine Heft 1 und Heft 2 dieser Sammlung, habe ich nicht in der sogenannten Ich-Form abgefasst. Harst meinte, nachdem er sie gelesen, ich solle für diese dritte Erzählung besser die persönliche, also die Ich-Form wählen. Ich glaube, sie vereinfachen sich damit die Arbeit und vermeiden unnötige Längen, lieber Schraut. Nun, er mag Recht haben, wie immer. Ich schlief gegen Acht. Dann weckte mein Heinrich mich, »Herr Schrammel, es ist heute so prächtiges Wetter. Ich werde Sie auf die Hotelterrasse bringen. Dort haben Sie die belebte Straße und den Hotelleingang vor sich.« Dies sagte er laut, dann ganz leise, wobei er mir den Stehkragen anknöpfte, falls einer der Kellner sich mit Ihnen unterhalten sollte. So suchen Sie herauszubringen, ob die Räuperts hier des Öfteren den Besuch eines kleinen, pockennarbigen Mannes mit auffallend langen Armen empfangen haben. Eine Viertelstunde später saß ich mit Kissen im Rücken in einem Korbssetzel auf der Terrasse und nahm das erste Frühstück ein. Mein Heinrich blieb bei mir, bis ich mit dem Morgenkaffee fertig war und legte mir dann eine Zeitung in den Schoß, deutete auf etwas ganz dick Gedrucktes. Amnestie-Erlass. Dann ging er angeblich zu dem berühmten Professor, den ich konsultieren wollte. Ich aber las, las und mein Herz hüpfte vor Freude, mit Recht. Ich hatte ja noch etwas auf dem Kerbholz, hatte ja einst als Kubica Maxe eine traurige Berühmtheit als Taschendieb gehabt und war erst auf Harsts warmes, verstehendes Herz wieder auf den schmalen Pfad der Ehrlichkeit gelangt. Und jetzt die Amnestie. Ich brauchte nicht mehr zu fürchten, dass ich als aus der Strafanstalt entwichener Häftling wieder ergriffen würde. Ich war frei, frei, konnte ohne heimliche Angst unter den Menschen mich bewegen, brauchte nicht mehr als Max Schüler, Harsts Privatsekretär zu sein, wie damals in Chetevo. Gegen elf Uhr fuhr ein Auto vor und brachte einen neuen Hotelgast. Ich hatte mich gerade mit Herrn August Schütze, dem Gründer des Sonnenschein, unterhalten und von ihm auch glücklich herausgeholt, dass die Räuperts nie bei sich Besuch gesehen hätten. Niemals. Noch manches andere hatte er über die beiden jetzt steckbrieflich verfolgten Mörder erzählt, über ihre Lebensweise, ihr bescheidenes Auftreten und ihr Bestreben, mit all und jedem gut Freund zu sein. Da kam das Auto. Ich habe vorzügliche Augen. Ich sah, dass der kleine, überelegant gekleidete Herr, der ihm entstieg und der zwei große Koffer mit sich führte, Pockennarben im Gesicht hatte. Saß trotz des blonden Spitzbarts, der die Wangen bedeckte und den ich sofort für unecht hielt, bemerkte weiter zwei sehr lange Arme und dazu Hände von Handschuh Nummer zwölf etwa. Ich saß nun buchstäblich wie auf Nadeln. Wo nur Haas so lange blieb? Er wollte doch spätestens um halb zwölf zurück sein. Wo war er überhaupt? Etwa wieder hinter der Holden Gertrud her? Dann drückte sich unser Karl in meiner Nähe herum. Ich ahnte, dass er etwas wollte. Ich rief ihn an. Bringe mir ein paar Zeitschriften, Junge. Es dauerte gut fünf Minuten, dann erschien er wieder, legte mir Sport im Bild in die Hände und flüsterte, vorn ein Zettel für Harst. Er mußte ihn eben erst geschrieben haben. Ich las Pockennabiger mit Affenarmen auf Nummer 29 als Ingenieur Josef Bremer. Zwei große neue Koffer. Kommt angeblich aus Wien. Will nur vier Tage bleiben. Den Zettel schob ich dann in den Ärmel. Er bewies mir, dass Harst auch unseren kleinen Verbündeten auf den Mann mit den Pockennaben aufmerksam gemacht hatte. Erst um zwölf kam mein treuer Heinrich mit einem Auto vorgefahren, geleitete mich mit Hilfe des Portiers in den Kraftwagen und erklärte, der Herr Professor erwarte uns. Wir landeten aber im Tiergarten, saßen hier im richtigen Sonnenschein auf einer Bank und tauschten unsere Erlebnisse aus. Als Harst hörte, dass ein Pockennabiger in unserem Hotel vorhin abgestiegen wäre, erstarrte er geradezu. Ich habe nie wieder ein so verblüfftes Gesicht an ihm gesehen, wie damals. Unmöglich, meinte er, unmöglich! Wenn's der ist, den ich im Auge habe und nachdem sie die Kellner ausholen sollten, dann, dann ist die Geschichte wirklich oberfaul für uns. Denn als ich gestern Abend diesen Ausdruck gebrauchte, leistete ich mir nur einen kleinen Scherz, lieber Schraut. In Wahrheit hoffte ich gestern, dicht hinter unserem wilde Drein zu sein. Aber jetzt? Dann entnahm er einer Bast-Zigarrentasche einer seiner Miraculum. Ich werde Ihnen nun meine erste, offenbar verfehlte Theorie entwickeln, Schraut. Geben Sie Acht! Halt! Zunächst meinen herzlichen Glückwunsch der Amnestie wegen. Auch meine Mutter lässt gratulieren. Ich war für fünf Minuten daheim in der Blücherstraße. Mein gutes Altchen erkannte den eigenen einzigen Sohn nicht. Doch nun meine Theorie in aller Kürze. Die Offiziellen wissen nichts von der Anzeige. Die Pressburger Straße 5 war Ihnen vornherein zugleich gültig. Mir nicht. Es war doch sehr merkwürdig, dass ein alter, pflichtgetreuer Beamter wie Schmiedeke sich durch ein Trinkgeld sollte dazu haben verleiten lassen, seinen Bestellgang zu unterbrechen, elf Häuser zu überspringen und erst einmal ins Hotel Sonnenschein zu den angeblichen Räuperts zu gehen. Nur durch ein Trinkgeld. Ich sagte mir, hier muss eine andere Art Beeinflussung vorgelegen haben, eine stärkere, die doch wiederum so beschaffen war, dass der Geldbriefträger nicht aufmerksam wurde, nicht argwöhnisch. Weshalb die Räuperts überhaupt dafür sorgen musste, dass Schmiedeke die elf Häuser übersprang, ist Ihnen ja aus den Zeitungsberichten bekannt. In diesen Gebäuden liegen viele Geschäfte, Kontore und zwei Banken. Die Beute für die Verbrecher wäre nur ein Viertel so groß gewesen, hätte Schmiedeke erst diese Bestellgänge erledigt. Also eine stärkere Beeinflussung. Aber welche? Die Frage legte ich mir schon vor, ehe wir nach Hamburg fuhren. Dann fand ich die Anzeige in der Abendzeitung auf dem Wege zum Lehrter Bahnhof. Fünf Pressburger. Das war nie und nimmer eine echte Heiratsannonce. Das war vielleicht, so mutmaßte ich, ein Weg, nachdem die Mörder sich getrennt haben konnten. Einander Nachricht geben wollten in Form einer Geheimschrift, zum Beispiel derart, dass die Wörter der Anzeige eine andere, vorher vereinbarte Bedeutung hatten. Ich erwartete daher eigentlich eine zweite Anzeige mit derselben Überschrift, aber anderen Inhalts. Erwartete jedoch nicht, dass die Offerten auch abgeholt werden würden und lauerte daher auf der Expedition all die Stunden eigentlich nur aus alter Gründlichkeit, da jede, auch die entfernteste Möglichkeit, einen Schritt vorwärts zu kommen, beharrlich ausnutzte. Wie gesagt, ich war überrascht, als Gertrud Holt versehen mit dem Ausweis der Expedition die eingelaufenen Briefe heraus erbart. Nachdem ich dann bei der Pestel gewesen war, führte mich mein Weg nach Pressburger Straße 5. Inzwischen hatte sich nämlich in mir das Gefühl noch verstärkt, dass in diesem Hause für mich sozusagen ein Fädchen bereit lag, welches sich aufnehmen und das mich dann vielleicht allmählich an mein Ziel geleiten konnte. Dieses Gefühl war eben durch die Annonce mit der merkwürdigen Überschrift wach gerufen und dann durch den Taugenichts dessen wegen die Holt ihrer Elternhaus verlassen haben sollte gesteigert worden. Sie verstehen das alles doch, schraut, nicht wahr? Sollte Ihnen etwas unklar bleiben, so fragen Sie nur. Bisher ist alles durchaus verständlich, Herr Harst, versicherte ich. Gut, also weiter. Ich nahm mir Pressburger 5, den Hauswart, vor. Es genügten zehn Mark, seine Kehle zum Wasserfall zu machen. Er beantwortete mir jede Frage und redete mehr, als mir lieb war, denn für unnütze Worte bin ich nicht. So erfuhr ich denn, dass drei alleinstehende Damen in Nummer 5 möbliert vermieten. Ahnen Sie, weshalb mich dies interessierte? Ich gab mir die redlichste Mühe, wenigstens ungefähr so schlau wie Harald Haas zu sein, aber ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich abermals meine Unzulänglichkeit bewies, die Schultern fragend hob und schwieg. Harst schüttelte den Kopf. Unbegreiflich, lieber Schraud, es ist doch so einfach. Bei ihm ist alles selbstverständlich einfach, auffallend und klar. So einfach. Denken Sie doch die stärkere Beeinflussung. Aha, ganz richtig, sagte ich schnell. Dabei hatte ich keine Ahnung. Na also, die stärkere Beeinflussung. Ich hatte sie mir so vorgestellt. Die beiden Rupperts haben in Nummer 5 einen Verbündeten wohnen, der sich mit Schmiedicke ebenfalls durch die häufigere Geldempfänge so etwas angefreundet hat und der dem Postbeamten gegenüber dann am Mordtage, als dieser ihm wieder Geld auszahlt, wie zufällig erwähnt, die Rupperts müßten plötzlich abreisen und hätten gern den Betrag einer erwarteten Anweisung hier noch in Empfang genommen. Vielleicht mache er mal eine Ausnahme und gehe sofort nach dem Hotel Sonnenschein, um die beiden Herren noch anzutreffen. Schmiedicke wird auf diesen Köder zu seinem Verderben angebissen haben, übersprang wirklich die zwischenliegenden Häuser und verlor sein Leben einer Gefälligkeit wegen. So, und nun wissen Sie, weshalb ich den Hauswart von Nummer 5 zum Reden brachte. Ich suchte eben diesen Verbündeten der Rupperts und ich fand ihn, wenn auch nicht persönlich, so doch genug von ihm, um mir zu sagen, das ist er. Drei Damen vermieten möbliert. Als ich bei der zweiten, einem Fräulein Müller, mit dem ganzen lächerlichen Gehabe der männertollen alten Jungfer, dann gleichfalls eine schön ausgeklügte Geschichte vortrug, dass ich einen Herrn suche, der mir als Zeuge in einem Beleidigungsprozess wertvoll wäre, den ich aber kaum vom Ansehen kenne, gelang es mir, binnen zehn Minuten festzustellen, dass ein Wiener Ingenieur namens Josef Bremer bei ihr das Vorderzimmer mit eigenem Eingang bis zum 15. Mai gemietet gehabt hätte, jedoch seit dem 3. Mai mittags verreist wäre zu einer Geschäftstour. Merken Sie aufschraut, am 3. Mai verreist und zwar mittags. Hätten Sie da nicht auch in Gedanken vor Freude einen Luftsprung gemacht? Sicherlich. Das weitere war eine Kleinigkeit. Ich ließ mir Herrn Bremer beschreiben. Ich brauche das Signalment nicht zu wiederholen. Es ist eben der Pockennarbige. Dann erfuhr ich weiter, nachdem ich Fräulein Clementine Müller, sie ist nebenbei Friseuse, verschiedentlich schmachtende Blicke zugeworfen hatte, dass Bremer seit dem 20. April bei ihr gewohnt hätte und einen Tag vorher, sind die Räuperts im Sonnenschein abgestiegen. Dass er sehr häufig Wertbriefe und Geld mit der Post erhielt und im Übrigen wenig zu Hause war. Besuch hätte er nie empfangen, auch nie erwähnt. Dass er in Berlin nähere Bekannte hätte. Auf diese Weise kam ich dem Pockennarbigen auf die Spur. Wenn Sie nun, jetzt glaube ich, einen kleinen Fehler in Harsts Schlussfolgerungen entdeckt zu haben und beeilte mich, meine Weisheit an den Mann zu bringen. Einen Augenblick, Herr Harst, unterbrach ich ihn, ihren Ausführungen nach wäre also Schmiedeke direkt von Bremer zu Räuperts gegangen, nicht wahr? Das trifft aber nicht zu, denn er hat ja nach den Ermittlungen der Offiziellen in Nummer 5 einer Frau Regierungsrat Walter das letzte Geld ausgezahlt und nicht dem Pockennarbigen. Sehr gut, lieber Schraut, sehr gut, lobte Harst. Sie machen sich. Diese Einwendung ist berechtigt, aber nicht stichhaltig. Schmiedige wird eben noch schnell Nummer 5 ganz erledigt haben, damit er nicht nachher abermals all die Treppen emporklettern mußte. Ich war geschlagen, nickte etwas demütig und nahm mir vor, beim Entdecken kleiner Fehler in Zukunft vorsichtiger zu sein. Harst aber fuhr fort. Wenn Sie sich nun auf das besinnen, was ich Ihnen gestern Abend über Gertrud Holt erzählte, nämlich, dass sie tatsächlich eine holde Mädchenblüte ist, so werden Sie verstehen, dass ich nicht recht annehmen konnte, dass der Taugenichts, den sie liebte, gerade dieser bockennarbige Mitaffenarmen und so weiter wäre. Immerhin, die Liebe fällt verschieden, mal auf eine Rose, mal auf eine Distel. Jedenfalls unterstelle ich, Bremer ist Gertruds Erkorener. Ich mußte nun auch meine Ansicht über die Heiratsannonce revidieren. Einem Nachrichtenverkehr zwischen den Räuperts diente sie nicht. Das war nun vollkommen klar. Sie wurde vielmehr zur Übermittlung von Briefen des Liebhabers der Holt an diese benutzt. Das war jetzt die zwangloseste Erklärung und stand auch mit dem enttäuschten Gesicht der Holt beim Öffnen der beiden Briefe auf der Expedition in Einklang. Sie hatte auf ein Schreiben von ihm gehofft, aber nur richtiggehende Offerten auf das Heiratsgesuch gefunden. Das waren die Erfolge von gestern. Heute früh erteilte ich dann Ihnen und Karl die gleichen Aufträge. Erkundigungen darüber einzugehen, ob die Räuperts mit einem Bockennarbigen verkehrt hätten. Und nun? Nun ist dieser Bremer in unserem Hotel abgestiegen. Das wirft all meine Kombinationen über den Haufen. Ich hielt Bremer für einen Komplizen der Mörder. Ich wehnte ihn wie diese weit weg von Berlin, an irgendeinem Ort, von wo aus er dann an die Holt, damit diese den Brief nicht in der Pension erhielt, unter KW 111 hätte schreiben können. Jetzt wohnt er dort, wo er unbedingt eine Menge verkleideter Kriminalbeamter zu fürchten hat. Jetzt hat er sich sozusagen in die Höhle des Löwen an den Tatort selbst gewagt. Würde das wohl einer tun, der die Offiziellen zu fürchten hat? Würde das jemand selbst riskieren, wenn er annehmen kann, dass bisher seine Beteiligung an dem Verbrechen nicht entdeckt ist? Niemals. Und? Was brauchten Bremer und die Holt, den umständlichen Weg der Heiratsannonce für eine Mitteilung zu wählen, wenn Bremer sich so sicher fühlt, dass er sogar im Hotel Sonnenschein und unter seinem früheren Namen absteigt? Sehen Sie einen Schraut, dass nun mein ganzer Bau eingestürzt ist. Ich hatte bestimmt damit gerechnet, durch die Holt die Mördersippe fangen zu können. Und nun? Ja, was nun? Zigarrenspitze Harst hatte sich zurückgelehnt und starrte in das Maigrün der Baumkronen. Sein schmales, rassiges Gesicht, das seit dem Tode seiner Braut noch magerer, noch durchgeistigter geworden war, hatte jetzt nicht jenen etwas einfältigen Ausdruck, den es als zur Rolle des Heinrich Hinkel gehörig in den letzten Tagen zu zeigen pflegte. Ich merkte, dass sein scharfer Verstand all das nochmals überprüfte, was er bisher im Falle Schmiedicke lediglich dank seiner geradezu bewundernswerten Kombinationsgabe an bisher unbekannt gebliebenen Tatsachen festgestellt hatte. Ich störte ihn durch keine Bewegung, freute mich über ein Meisenpaar, das sich jagend durch die Büsche huschte, freute mich der erquickenden Luft und war doch mit meinen Gedanken nur halb inmitten dieser vom Frühlingszauber durchwehten Natur. Denn ich war ja der Privatsekretär und Gehilfe eines Harald Harst und hatte Pflichten und besaß sehr viel Ehrgeiz. Ich vergaß denn auch bald den Maientag und zwang mein Denken auf die dunkle Pfade des Verbrechens zurück. So vergingen wohl zehn Minuten. Dann regte Harst sich. Und seltsam. Als er nun zu sprechen begann, sagte er genau dasselbe. Genau, was ich ihm hatte vorschlagen wollen, als Resultat meines angestrengten Nachgrübelns über Bremer und die Holt. Ich werde den Detektiv Holzmüller, Sie wissen, Schraut, der schon vor uns in Centervo tätig war und der auf mich einen recht guten Eindruck gemacht hat, mit der Überwachung der Gertrud Holt betrauen. Dieses Mädchen muß mir nützlich werden. Den Pockennabigen nehme ich allein auf mich. Seine Stimme war wieder belebter, energischer als vorhin, denn seine erste verfehlte Theorie hatte ihn doch recht missmutig gemacht. Solche Augenblicke seelischer Niedergeschlagenheit wehrten bei ihm nie lange. Er fand ja stets bald in dem Trümmerhaufen als unrichtig erkannter Schlussfolgerung einige Steine, die sich wieder zusammenfügen ließen und die dann ein festeres, wenn auch ein kleineres Ganzes ergaben. Dann fuhren wir ins Hotel zurück. Unterwegs kam er nur noch mit einer Bemerkung auf unsere Aufgabe zu sprechen, indem er sagte, »Liebe Schraut, Sie müssen jetzt recht viel Luft auf der Terrasse kneipen. Sehen Sie zu, dass Sie irgendwie mit Bremer bekannt werden. Der Mensch muß doch zu dem Morde in Beziehung stehen, denn es ist zu auffällig, dass er so viel Geldsendungen erhielt.« Die Clementine Müller meinte fast täglich. »Wir speisten auf der Terrasse. Mein treuer Heinrich war rührend diensteifrig und sehr besorgt um meine Bequemlichkeit, holte mir sogar eine Fußbank und schickte den Fischgang als mir nicht bekömmlich zurück. Wir erregten, die Terrasse war stark besetzt, einige Aufmerksamkeit. Und ich hörte, dass zwei Damen am Nebentisch äußerten, ein äußerst gewandter Pfleger. Während ich dann zum Kaffee eine gute Zigarre rauchte, begab Harst sich zu Holzmüller. Ich ließ mir eine Mittagszeitung durch den Kellner bringen und fand darin zu meiner nicht gerade angenehmen Überraschung eine Notiz mit der Überschrift »Das Neueste über die Millionenwette im Universum-Club«. Darin stand, dass unser findigster Reporter herausgebracht hat, Harald Harst nebst Privatsekretär sei nach Erledigung des Centervo-Problems abermals aus Berlin verschwunden. Sicherlich, hieß es weiter, sind sie bereits mit der gestellten Aufgabe beschäftigt. Leider ist jedoch von den Herren des Clubs nicht zu erfahren, worin diese Aufgabe besteht. Vielleicht, Beweise hier vor vielen gänzlich, vielleicht sucht Harst diesmal die beiden Mörder des braven, bedauernswerten Wilhelm Schmiedeke. Wenn nicht, so können wir den Wettgegnern nur empfehlen, Harst auf diese angeblichen Räuperts zu hetzen, die leider noch immer samt der erbeuteten 1,75 Millionen frei umherlaufen, womöglich gar in Berlin selbst. Oh, das war eine peinliche Überraschung, diese Notiz. Sehr peinlich. Die im Sonnenschein tätigen Offiziellen würden jetzt fraglos jeden Gast sehr kritisch daraufhin mustern, ob er nicht Harst oder ich wäre. Sehr peinlich. Und trotzdem, meine Eitelkeit fühlte sich etwas durch diese Notiz geschmeichelt. Der Privatsekretär war ja mit erwähnt worden. Als ich jetzt von der Zeitung aufblickte, zuckte ich leicht zusammen. Zwei Tische vor mir saß, Bremer unterhielt sich mit Schilling, Kriminalwachmeister Schilling, der hier nun Oberkelder spielte. Ich spitzte die Ohren. Die Terrasse hatte sich inzwischen geleert und ich hörte, wie der Pockennabe gesagte, meinen Sie wirklich, dass die Polizei die Verbrecher noch fangen wird? Ich bezweifle es. Wenn erst so viele Tage seit der Tat verstrichen sind, ist es, das Weitere entging mir, da ein Lastwagen auf der Straße vorüberfuhr. Dann wieder erklärte der Ober, für mich ist nicht gerade angenehm. Alle Gäste wollen die Zimmer 46 und 47 sehen, bieten mir, weiß Gott was, um einen Blick hineinwerfen zu können. Und dabei hat die Polizei sie doch noch mit Beschlag belegt. Wir dürfen dort nicht aufräumen, nichts. Vorläufig soll dort alles noch so bleiben, wie es bei der Entdeckung des Mordes lag und stand. Dann sprach wieder Bremer. Ich hörte die Worte leicht begreifliche Neugier, Sensationshunger. Darauf flüsterte er mit dem Ober, der nun lächelnd erklärte, es geht wirklich nicht, und mit einem Bückling verschwand. Auch Bremer schob jetzt die Kaffeetasse beiseite, ließ sich noch eine Zigarre geben und machte Miene, die Terrasse zu verlassen. Ich mußte die Gelegenheit benutzen und die Mittagszeitung glitt von meinem Schoß auf den Fliesenboden. Ich suchte sie aufzuheben, angelte danach mit meinem Stock ächzte laut. Eines meiner Rückenkissen fiel herab. Ah, endlich! Bremer wurde aufmerksam, sprang zu, hob die Zeitung und Kissen auf, stopfte mir letzteres wieder in den Rücken. Ich dankte und fügte hinzu, es ist ein Elend, so hilflos zu sein. Nun, auch sie haben schon eine schwere Krankheit durchgemacht, mein Herr. Pocken sind furchtbar, ich habe meine Eltern daran verloren. So gelang es mir, ihn festzuhalten. Er zeigte sich gesprächiger, als ich zu hoffen gewagt hatte, setzte sich zu mir, stellte sich vor und bald waren wir beim Fall Schmiediger angelangt. Ich tat sehr ängstlich, schallt auf meinen Diener, der gerade dies Hotel gewählt hatte und meinte, ich begriffe nicht, wie Leute sich für Verbrechen lediglich aus Sensationshunger interessieren könnten. Nun, erklärte er, auch ich gehöre zu diesen Leuten. Er lächelte etwas dabei und dieses Lächeln war voller Ironie. Ich will Ihnen sogar gestehen, Herr Schrammel, dass ich soeben dem Ober 100 Mark geboten habe, wenn er mich in Nummer 47 einlässt. Ich zuckte die Achseln. Mir unverständlich, 100 Mark. Mich brächten nicht zehn Pferde in das Zimmer hinein. Da störte uns der Liftboy Karl. Dieser Brief ist soeben für Sie abgegeben worden, Herr Schrammel. Er reichte ihn mir und ging wieder. Auch Bremer verabschiedete sich mit einem Gute Besserung, vielleicht können wir nochmals ein wenig plaudern. Ich schaute ihm nach. Viel hatte ich nicht gewonnen durch diese Unterhaltung mit ihm, nur das Lächeln, das Lächeln. Dann öffnete ich den Brief. Die Tinte auf dem Umschlag war noch halb feucht und schlecht mit dem Löscher getrocknet worden. Der Briefbogen mit dem Hotelstempel enthielt nur die Worte »In seinem Mantel, Brusttasche steckt eine Zigarrenspitze aus Papier mit dem Aufdruck »Hotel Deutscher Hof Warnemünde« »Karl«. Karl war also ebenfalls eifrig an der Arbeit. Diese Zigarrenspitze war wertvoll ohne Frage. Sie bewies, daß der Pockennabige zuletzt wohl in Warnemünde gewesen war. Um sechs Uhr erschien mein treuer Heinrich und brachte mich sofort mit Hilfe Karls, den er sich holte, auf unser Zimmer, wo der schlaue Junge dann noch in aller Hast von seinem Funde erzählte. »Die Spitze muß ich haben«, meinte Harst, und kaum vier Minuten später hielt ich sie in der Hand. Inzwischen hatte ich ihm bereits mitgeteilt, wie ich die Spitze bewertete. Er trat jetzt damit ans Fenster. Dann setzte er sich neben mich auf das Kopfsofa unseres gemeinsamen Wohnzimmers. Ich bezweifle, dass Bremer unlängst in Warnemünde war, sagte er, und hielt mir die Papierspitze hin. Das Loch der Federpose ist vollständig mit allerlei Taschenschmutz, Stofffäserchen, zerriebenem Papier und anderem. Gefüllt die Pose selbst ganz braun von Zigarrenrauch, dazu zweimal eingeknickt, das Papier oben halb verkohlt, eingerissen und die Öffnung ebenfalls halb verstopft, mit Taschenschmutz. All das beweist, dass die Spitze unbeachtet längere Zeit in der Brusttasche gesteckt hat. Bemerk sie sonst noch etwas daran, schraut? Natürlich, hier ist ein Rest von Ölfarbe auf dem Papier. Es sieht so aus, als hätte Bremer mal mit Farbe hantiert und dabei geraucht. Der schmutzige Finger hat dann diesen Fleck an der Spitze zurückgelassen. Ganz recht. Sonst noch was? Nein, ich sah wirklich nichts mehr. Gut, lassen wir's, meinte Harst und schob die Papierspätze in die Tasche. Berichten Sie nun mal, was Sie vorhin andeuteten. Sie haben Bremer also kennengelernt. Ich erzählte mit allen Einzelheiten. Als ich fertig war, fragte Harst, wie steht's mit Haar und Bart, echt oder nicht? Ich mußte zugeben, daß ich mich heute Vormittag getäuscht hätte, als ich den Spitzbart auf die Entfernung hin für falsch hielt. Bremer ist in keiner Weise verkleidet, betonte ich Stellen Sie sich vor, Bremer wagt sich unverändert hierher. Ist das nicht der Beweis eines guten Gewissens? Doch nein, vielleicht nur der Beweis unerhörter Könheit eines riesigen Selbstvertrauens und zweifelsfreisten Sicherheitsgefühls. Denn darin gebe ich Ihnen recht, das ironische Lächeln, das gar nicht am Platze war, macht ihn verdächtig. Noch mehr aber, er brach plötzlich ab, stand auf, ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab, sehr hastig, mit gesenktem Kopf, blieb dann vor mir stehen. Schraut, ich muss noch schnell in einen Eisenwaren laden, bin gleich wieder da, er eilte von dannen. Und ich saß und grübelte über seine Worte nach. Noch mehr aber, ja, was konnte wohl Bremer noch mehr verdächtig machen, was nur? Als Harst zurückkehrte, grübelte ich noch immer, erlaubte mir nun die Bitte, sie beendeten vorhin einen Satz nicht ganz, er hast, dürfte ich sie um, weiß schon Bescheid, nun, der Sensationshunger, übersehen sie den nicht, lieber Schraut, fiel mir ins Wort und öffnete das mitgebrachte Päckchen. Es enthielt einen Zentrumsbohrer, eine tubeweiße Ölfarbe und zwei frische Brötchen. Ich machte zu diesen Einkäufen ein etwas erstauntes Gesicht. Harst nickte mir zu. Etwas bunte Zusammenstellung, nicht wahr? Nun, der Bohrer wird mir zu einem Guckloch in der Außentür meines Schlafzimmers helfen, mit der gekneteten Brötchenkrume werde ich das Loch wieder füllen und die Farbe wird diese kleine Sachbeschädigung dann vollends verdecken. Er schloss das Brötchen in seinen Koffer ein, kam dann zu mir an den Tisch zurück, setzte sich und meinte, wir sind auf dem besten Wege zum Erfolg. Die Idee, Holzmüller hinzuzuziehen, habe ich aufgegeben. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich weiß, wo der Jüngere Räupert, den wirklichen Namen kenne ich noch nicht, sich zur Zeit befindet. Kein Wunder, dass mir der Atem stockte. Sie wissen, stammelte ich, woher denn? Bitte speisen Sie mich diesmal nicht mit Andeutungen ab. Sie können sich denken, wie sehr Sie sollen alles erfahren, unterbrach er mich und warf ein kleines silbernes Handtäschchen auf den Tisch, dessen Kette zerrissen war. Das ist des Rätsels Lösung. Das Täschchen gehört Gertrud Holt. Ich habe es vor etwa anderthalb Stunden auf recht Ruheart an mich gebracht, nämlich ihr auf der Treppe zur Pension Pestel geraubt. Sie schrie um Hilfe und beinahe hätte man mich ergriffen. Es waren scheußliche Minuten, die dann aber voll durch den Inhalt des Briefes aufgewogen wurden. Sie meinen, Inhalt des Täschchens gestattete ich mir ihn zu korrigieren. Nein, des Briefes, der in dem Täschchen jetzt noch liegt und den die Holt von der Expedition wieder unter KW 111 abholte, wobei ich sie beobachtete und diesmal bekam sie vier Briefe dort ausgehändigt. Beim Lesen des einen zitterten ihre Hände leicht, wurde sie erst blass, dann rot und das war der Rechte, der von Räupert Sohn. Er knipste das Täschchen auf. Lesen Sie, schraut, sagte er triumphierend, lesen Sie, der Umschlag ist in Doberan in Mecklenburg abgestempelt. Halten Sie sich damit nicht auf. Der Oberkellner und wir Mein Liebling, erst heute kann ich dir schreiben. Ich war krank, die Aufregungen hatten mir ein leichtes Fieber eingebracht. Heute früh las ich dann die Zeitung und da sah ich, dass ich schreiben darf, dass man dich nicht belästigt. Die Pressburger haben ihre Schuldigkeit getan. Es war also doch ein guter Gedanke von mir. Mir geht es wieder jetzt ganz gut. Nur die Angst will nicht weichen, dass du mir nicht völlig verziehen hast und dass du dich von mir los sagen könntest. Liebling, tu mir das nicht an. Du warst meine Retterin. Bleibe es. Ich werde nie, nie wieder mich deiner unwürdig zeigen. Die Zeiten, wo man mich als verlorenen Sohn betrachtete, sind vorüber. Entziehe mir nicht deine Liebe, deine stützende Hand, diese Hand, die mich und den anderen noch im letzten Augenblick vom Rande des Abgrundes wegriß. Dann folgten Bemerkungen über Doberan und die Wohnung des Briefschreibers bei einem alten Ehepaar. Der Schluss lautete, leb wohl, wann es ein Wiedersehen zwischen uns geben wird, hängt von so vielem ab. Behalte mich lieb, mich, der dir noch mal schwört, mag der Schein auch noch so sehr gegen uns sprechen, es ist die volle Wahrheit, die ich dir damals beim letzten kurzen und ewig dein v Nachschrift e. ist in Norwegen Ich legte den Brief auf den Tisch zurück. Nun, fragte Harst, geben Sie mal die Erläuterung dazu, schraut. Das heißt nur über die Punkte, die zweifelhaft sein können. Ich nahm den Brief wieder zur Hand und begann, der Schreiber ist der angebliche Viktor Räupert. Die Heiratsannonce sollte ihm, der nach Doberan geflüchtet ist, zeigen, dass Gertrud Holt von der Polizei nicht beobachtet, nicht belästigt wird. Und der zum Schluss erwähnte E-Punkt dürfte Räupert Vater sein. Harst trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte. Aber die Hauptsache schraut, die Hauptsache, wo bleibt die? Ehrlich, ich finde sie nicht, sagte ich kleinlaut. Er findet sie nicht, aber mit Schraut. Hier in dem Brief steht doch ganz klar zu lesen, dass dieser V-Punkt, also vielleicht wirklich ein Viktor, bestreitet, den Mord begangen zu haben. Hier heißt es, noch im letzten Augenblick vom Rande des Abgrundes und weiter, mag der Schein auch noch so sehr. Das ist alles nur so zu deuten. Die Holt und dieser Viktor haben sich nach der Ermordung Schmiedekes noch erklärt, weder er noch der andere sei der Mörder des Mannes, den man nun bald tot auffinden würde. So, mein lieber Schraut, ist hier zwischen den Zeilen zu lesen. Und wie hat sich nun die Holt zu dieser Behauptung gestellt? Glaubt sie dem Geliebten? Ich denke ja, sonst hätte sie nicht die Anzeige eingerückt. Ich starrte Harst ganz kopflos an. Meine Chaos von Widersprüchen zu bringen. Umsonst. Das Chaos wurde nur noch größer. Schließlich meinte ich dann unsicher, aber wie kann die Holt denn einer so unsinnigen Behauptung wohl Glauben schenken, Herr Harst? Der andere und Viktor können ja nur die Mörder sein. Wer sonst? Die Kriminalpolizei hat ja ermittelt, dass die Räuperts allein in ihren Zimmern zwischen elf und zwölf mittags waren. Wer also sollte... Haas drückte meinen Arm, sodass ich schwieg. Schraut, flüsterte er, und seine grauen, dunkel bewimperten Augen funkelten förmlich. Schraut, dieser Kriminalfall schien ganz klar zu liegen, so klar, dass man eben nur noch die Mörder aufzustöbern brauchte. Schien. Dieser Brief hier hat einen Sturm von Zweifeln in mir entfacht. Sind die Räuperts wirklich die Mörder? Wenn nicht, auf wessen Konto kommt dieses Verbrechen? Wie konnte Gertrud Holt ihrem Geliebten glauben, er sei unschuldig? Was mag Viktor ihr anvertraut haben bei jener letzten Aussprache? Hat er sie dabei schlau belogen? Was für ein Märchen erfand er, das so beschaffen war, sie zu überzeugen? Schraut, ich sage Ihnen, im Vergleich zu diesem Problem ist die Centervo Geschichte fraglos lächerlich einfach gewesen. Doch gerade das freut mich. Er holte ein Miraculum hervor und rauchte ein paar schnelle Züge. Ich muss mich beruhigen, Schraut, ich leide an Jagdfieber, ich muss mich entschließen, was ich tun soll. Es gibt für mich jetzt drei Wege. Erstens nach Doberan, ich könnte hinfahren und Viktor ins Gebet nehmen. Gertrud Holt, ich könnte sie zwingen, sich mir anzuvertrauen. Drittens, ich kann der neuen Fährte folgen, das heißt, mich auf meine Findigkeit verlassen und erst hier weiterarbeiten und volle Klarheit schaffen. Er sprang auf. Dreimal durchquerte er das Zimmer. Dann sagte er, indem er mir die Hand auf die Schulter legte, Schraut, ich habe diesen Brief durch gemeinen Überfall an mich gebracht. Das war meiner nicht würdig. Ich werde weiter dem Pockennabigen nachstellen, werde so tun, als wüßte ich nichts von dem Inhalt dieses Schreibens, das ich hiermit sozusagen aus meinem Hirn wische. Sie schraut, müssen's auch. Verstanden? Wir wollen nicht als Handtaschenräuber Erfolge erzielen. Ich werde der Gertrud Holt das Silbertäschchen nebst Inhalt sofort wieder zustellen. Halt, das geht nicht. Ich könnte argwöhnisch werden, lassen wir's so, aber der Brief existiert für mich nicht mehr. Wir aßen dann im Wohnzimmer zu Abend. Um halb zehn brachte mein Pfleger mich zu Bett. Gute Nacht, Herr Schrammel, sagte er, bevor er mich verließ. Vielleicht komme ich in der Nacht mal nach Ihnen sehen. Ich verstand. Er wollte mir mitteilen, ob er mit dem Guckloch Erfolg gehabt hätte. Aber was er eigentlich beobachten wollte, wußte ich nicht recht. Gewiß, es konnte sich nur um Bremer handeln. Doch vermutete er etwa, dass dieser nachts auf dem Flur umherschleichen und irgendetwas unternehmen würde? Was denn in aller Welt? An Schlaf war unter diesen Umständen für mich nicht zu denken. Ich las und rauchte vier Zigarren. Ich stand auf und öffnete die Fenster, um den Rauchabzug zu verschaffen. Es wurde zwei, drei Uhr morgens. Da schlief ich doch ein, schlief bis gegen zehn Uhr. Harst rüttelte mich und sagte, es ist eigentlich zehn, Herr Schrammel, wir haben drüben im Wohnzimmer Besuch, raten Sie mal wen? Gertrud holt, flüsterte ich. Nein, Herr Schrammel, hören Besuch, Offiziellen. Ich fuhr empor. Da tadelte er, aber Sie sind doch halb gelähmt, bitte das nie zu vergessen. Er half mir wieder bei der Toilette, aber er beeilte sich, dann öffnete er mir die Tür zum Wohnzimmer, ich trat ein. Im Korbsessel links saß der Oberkellner, der Wachtmeister Schilling. Haas drückte die Tür hinter sich ins Schloss. So, nun brauchen wir uns keinen Zwang weiter aufzuerlegen, meinte er. Nun können Sie beginnen, Herr Schilling. Was heißt beginnen, Herr Haast? Ich bin nur hergekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie und Schraud erkannt habe. Ich gebe zu, erst nachdem ich gestern das Mittagsblatt gelesen hatte, in dem eine Notiz über Sie beide stand. Und mehr wollten Sie nicht von uns? Nein, höchstens mal anfragen, ob Sie die Spur der Mörder gefunden haben. Wir dürfen hier also ungestört weiterwirken? Selbstredend, selbstredend, ich habe bisher niemandem etwas davon gesagt, wer Schrammel nebst Diener in Wahrheit sind. Wie ist denn nun mit der Spur, Herr Haast? Die beiden Halunken sind nicht zu finden. Oh, ich würde erst mal den einen suchen. Den einen welchen? Nun, den anderen sind harmloser. Schilling pfiff leise durch die Zähne. Was Teufel? Drei sind es gar? Erzählen Sie doch bitte, Herr Haast. Noch nicht. Morgen früh oder besser in der kommenden Nacht. Jedenfalls kann ich Sie vorzüglich brauchen, Herr Schilling. Weshalb? Wozu? Etwas will ich doch jetzt schon preisgeben. Ich habe in der verflossenen Nacht von elf Uhr ab hinter der Außentür meines Schlafzimmers an einem schräg nach rechts gebohrten Guckloch gestanden. Rechts gegenüber liegen nämlich 46 und 47. Gegen ein Uhr morgens versuchte jemand in 47 einzudringen. Es gelang ihm aber nicht. Die Dietriche, die er mit hatte, genügten nicht. Er verschwangt wieder und gab die Sache auf. Fürs Erste. Aber er wird's nochmals probieren. Und ich bin überzeugt, dann sind seine Werkzeuge besser und dann werden wir drei den Herrn empfangen. Sie verstehen mich? Wir werden in aller Heimlichkeit in 47 uns verbergen und dazu brauche ich sie eben. Wenn sie jetzt nicht hier erschienen wären, hätte ich mich ihnen entdeckt. Der Kriminalbeamte dachte angestrengt nach. Dann erklärte er plötzlich, ich weiß, wer der Herr ist. Er hat mir gestern 100 Mark geboten, falls ich ihm für eine halbe Stunde Zutritt zu 47 verschaffen würde. Er wollte das Zimmer zeichnen, für ein Wiener Blatt. Er ist Ingenieur und nennt sich Bremer. Ich gestehe ohne weiteres ein, in diesem Moment schämte ich mich meiner geringen geistigen Regsamkeit wegen. Schilling hatte ja sehr bald gerade das herausgefunden, was zusammenhingen. Harst hatte zu Schillings Worten zustimmend genickt, dann sagte er, übrigens stelle ich eine Bedingung, Herr Wachmeister, ich werde Ihnen den Mörder in die Hände spielen, aber dafür müssen Sie einen anderen Menschen unbehelligt lassen, einen, auf den sich dies hier bezieht. Er nahm eine Morgenzeitung vom Tisch und las aus dem Anzeigenteil vor. Fünf Pressburger auf das jüngst hier erschienene Inserat zur Nachricht, dass wir vollen Glauben zu der Aufrichtigkeit D.V. haben. Trotzdem weiteres vorläufig nicht erwünscht. Ich begriff sofort. Die Anzeige galt Viktor. Und der letzte Satz besagte, dass Gertrud infolge des Raubes ihrer Handtasche und des Briefes ängstlich geworden war und ihrem Geliebten nahelegte, vorläufig nicht mehr unter KW 111 zu schreiben. Harst bestätigte mir nachher, dass diese Auslegung richtig war. Wer diesmal nicht begriff, war Schilling. Er fragte jedoch nicht weiter, schüttelte nur den Kopf und meinte, das scheint ja wieder eine höllisch verzwickte Geschichte zu sein, Herr Harst. Allerdings sogar so verzwickt, dass auch ich noch nicht völlig klar sehe. Mir wäre es daher auch lieb, wenn Sie mich recht bald für eine Weile in 47 einschließen wollten. Dieser Gedanke ist mir soeben erst gekommen. Vielleicht finde ich dort in 47 das, was mir noch in meiner Beweiskette fehlt. Es handelt sich nur um wenige Glieder. Gern, Herr Harst. Ich werde sofort nachsehen, ob die Luft rein ist. Bremer ging vorhin aus. Darf ich nicht mitkommen, oder stört Sie meine Anwesenheit? Keineswegs. Dann nehmen wir auch Schraub mit. Der dritte Koffer Ich warf Harst einen dankbaren Blick zu. Er verstand mich, meinte freundlich, Sie gehören doch zu mir, schraut. Wo der Herr, da auch der Sekretär. Schilling hatte schon das Zimmer verlassen. Harst fuhr fort. Diesmal sollen die Offiziellen von der Öffentlichkeit die Sieger sein, und wir bleiben ganz im Hintergrund. Es ist besser so. Die Achtung vor der Tüchtigkeit unserer Kriminalpolizei darf nicht untergraben werden. Schließlich habe ich ja auch tatsächlich nur etwas mehr Glück gehabt als Sie. Hätte ich nicht die Annonce bemerkt, so wären wir genau so auf dem toten Punkt stehen geblieben wie die Offiziellen. Na, hiergegen hätte sich manches einwenden lassen, denn gerade dieses »Bemerken« der Heiratsanzeige hatte ja nur abermals Harald Harsts trefflich arbeitende Kombinationsgabe bewiesen. Wem würde wohl sofort dieses »Fünf-Pressburger« aufgefallen sein? Doch nur dem, der in seinem Hirn alle, auch die kleinsten Nebenumstände dieses Verbrechens stets gegenwärtig hatte. Wie sehr dies zutraf, über welch absolut zuverlässiges Gedächtnis Harst verfügte, sollte ich dann kaum zehn Minuten drauf wiederum erfahren. Es klopfte. Es war Schilling. Ich habe die Tür von siebenundvierzig aufgeschlossen und nur angelehnt, raunte er uns zu. Vorwärts, der Flur ist leer. Wir huschten die wenigen Schritte über den Gang. Dann waren wir in siemundvierzig. Die Fenstervorhänge waren zurückgezogen. Blendende Helle erfüllte den Raum. Ich befand mich zum ersten Mal an dem Schauplatz eines Mordes. Ich fühlte ein ganz leichtes Gruseln. Wozu soll ich's leugnen? Besonders auf dem mitten im Zimmer stehenden Eichenstuhl, um den noch die Stricke hingen, mit denen das Opfer gefesselt gewesen, ruten meine Blicke wie gebannt. Daneben auf dem Fußboden lag die Bettdecke, die über den sitzenden Toten gebreitet gewesen war, und die Ledertasche. Links an der Wand standen zwei Koffer übereinander, obendrauf eine Handtasche, davor ein sogenannter Musterkoffer, sehr groß und mit Blech beschlagen. Harst ging sofort auf einen Korbssessel rechts am Fenster zu, setzte sich und zeigte schweigend auf das rot lackierte Korbssofa. Das hieß für Schilling und mich, setzt euch gleichfalls. Er schaute sich dann im Zimmer um. Nein, umschauen ist doch wohl nicht der richtige Ausdruck. Es war ein Prüfen, Abwägen und Vergleichen jeder Einzelheit. Dann blieben seine Augen auf den Koffern haften, ließen sie nicht mehr los. Plötzlich griff er in die Tasche. Ah, eine Mirakulum. Das war stets bei ihm das Zeichen erhöhter Geistesanspannung. Er brauchte den süßlichen Rauch sozusagen als Anreiz. Er sog wie immer die ersten Züge in die Lunge ein, formte dann tadellose Rauchringe. Abermals langte seine Hand in die Tasche. Die Papierzigarrenspitze kam zum Vorschein. Nun sagte er zu mir, Schraut, der Farbenfleck, Sie besinnen sich doch. Hier ist die Spitze. Er warf sie zu mir. Erklären Sie Schilling das Nötige. Ich tat's, flüsterte aber, um ihn nicht abzulenken. Er war aufgestanden und an den Musterkoffer herangetreten, hatte sich über ihn gebeugt, hob ihn nun an einer Seite an, der Schlüssel steckte. Er schlug den Deckel hoch. Wem gehört dieses Ungetüm? fragte er Schilling. Nun, den Räupert's. So? Sie kamen doch nur mit zwei Koffern und einer Handtasche hier an, die Sie dann bei Ihrer Flucht zurückgelassen haben und die ja auch hier stehen. Woher der dritte Koffer? Ich habe ihn schon in keiner Zeitung erwähnt gefunden und dabei haben Sie doch die Presse sehr genau von allem unterrichtet. Gewiß, über alles, was wichtig war, Herr Haast, der Musterkoffer erschien uns ohne Bedeutung. Er wurde den Räupert's am 3. Mai mittags, gegen halb zwölf, von einem Dienstmann gebracht, wie wir einwandfrei festgestellt haben. Der Dienstmann war selbst noch hier im Zimmer. Die Räuperts waren allein und machten recht erstaunte Gesichter. Er überreichte ihnen einen versiegelten Brief, der den Schlüssel enthielt. Den Koffer hatte ihm ein Herr auf der Straße übergeben, der in einem Auto saß und den Koffer neben sich hatte. Er hatte dem Dienstmann gesagt, »Ich habe mir diesen Koffer von den Herrn Räupert geliehen, die im Hotel Sonnenschein wohnen. Bringen Sie ihn sofort hin. Hier sind zehn Mark für die Besorgung.« Jedenfalls war der Mord noch nicht geschehen, als der Koffer kam. »Mithin hatte er für uns keine Bedeutung.« Harst sah Schilling versonnen an. »So, keine Bedeutung. Und doch ist er eins der fehlenden Glieder meiner Beweiskette. Hier, bitte sehen Sie her. Hier ist an der Seite des Koffers irgendein Zeichen oder sonst was mit Ölfarbe.« Er sagte all das ganz langsam. »Und der Fleck auf Bremers Zigarrenspitze zeigt dasselbe auffällige Rosa. Es ist nun alles klar. Bis auf Bremers Wunsch, hier mal eine halbe Stunde allein zu sein. Was mag er hier suchen wollen? Ob er etwas beiseite schaffen will, das ihm gefährlich düngt? Wohl kaum. Lege für ihn eine so nahe Gefahr vor, daß man ihm auf die Spur kommen könnte, hätte er sich niemals hierher getraut. Nein, etwas, etwas anderes. Was? Was? Wir, Schilling und ich, standen ganz atemlos da, ganz regungslos. Wir ahnten beide, daß nun endlich die Wahrheit über diesen Mord an den Tag gekommen, daß aber auch alles, was man bisher als feststehend angenommen, falsch gewesen. Harst zündete die zweite Mirakulum an, sagte wie zu sich selbst, Was will er hier? Was in aller Welt? Ah, sollte etwa... Sein Kopf war hochgefahren. Schilling, sind diese Zimmer 46 und 47 ganz sorgfältig durchsucht worden? fragte er schnell. Der Wachtmeister nickte. Ich will's trotzdem nochmals tun. Setzen Sie sich wieder. Ich fange in 46 an. Die Verbindungstür war halb offen. Er verschwand. Begreifen Sie die Geschichte, meinte Schilling leise. Was hat er nur mit dem Koffer? Nun mag sein, daß das Ding Bremer gehört, daß Bremer es war, der mit rosa Farbe eine Signatur darauf ausgelöscht hat, aber mit dem Morde hat das doch nichts zu schaffen. Ich zuckte die Achseln. Ich verstehe genauso wenig wie Sie davon. Harst hält jedenfalls Bremer für den Mörder, das ist sicher, aber... Doch meine Zweifel behielt ich für mich. Schilling holte seine Zigarrentasche hervor. Rauchen wir auch, erschraut. Übrigens gratuliere ich zur Amnestie. Er drückte mir die Hand. Dann schwiegen wir und warteten. Wir hörten Harst in 46 hin und her gehen. Vor den Fenstern von 46 und 47 zog sich ein schmaler Balkon hin. Auf dem Eisengitter standen an den Ecken zwei große Blumentöpfe mit hängenden Petunien. Jetzt tauchte Harst dort auf. Wir schauten hin. Er nahm den einen Topf und kippte ihn um. Der Blumenballen fiel auf den Balkon. Harst stand vor uns, ließ uns in den Topf hineinsehen. Auf dem Boden lag eingepresst ein in feuchtes, braunes Papier gehülltes Päckchen. Das habe ich gesucht, meinte Harst, und nahm es heraus. Es dürfte ein Teil der Beute enthalten. Schilling öffnete es. Es stimmte. Es waren 180.000 Mark in Banknoten und 150.000 Mark in Wertpapieren. So, sagte Harst, nun brauchen wir die kommende Nacht nicht mehr. Nun suchen Sie nachher Bremer auf und bieten ihm an, ihn für 200 Mark hier einzulassen, Schilling. Und zwar gegen 3 Uhr nachmittags. Bis dahin werde ich auch Gertrud Hol zur Stelle schaffen und wir drei, die Hol, Schraut und ich, wollen Sie und Bremer hier erwarten. Bringen Sie die Handschellen mit, nicht vergessen. Um halb drei betrat Harst mit einer tief verschleierten Dame unser Wohnzimmer. Fräulein Hol, mein Sekretär Schraut, stellte er vor. Sie schlug den Schleier zurück. Ich war überrascht von so viel Liebreiz, aber auch von Mitleid erfüllt ihres verhärmten Gesichts wegen. Gehen wir, meinte Harst sogleich. Schilling hat mir das Zeichen gegeben. Wir eilten über den Flur und saßen dann in 46 dicht hinter der nur angelehnten Verbindungstür. Harst begann leise zu sprechen. Fräulein Holt, ich möchte diese Zeit dazu benutzen, meinen Gehilfen und treuen Mitarbeiter in das einzuweihen, was Sie mir auf der Herfahrt erzählt haben. Sie haben Victor Klein vor einem Jahr in Eberswalde kennen und lieben gelernt. Er ist Künstler, Maler. Obwohl er ein Bruder Leichtfuß ist und allerlei dumme Streiche in Eberswalde machte, hielten sie doch fest zu ihm, da sie hofften, die Liebe würde ihn bessern. Sie überwarfen sich mit ihren Eltern und suchen nun seit vier Wochen hier eine Anstellung. Auch Victor Klein hat hier in einem Atelier für Theaterdekoration gearbeitet und sie waren häufiger zusammen. Eines Tages, es mag etwa drei Wochen her sein, führte er ihnen gegenüber allerlei Reden, die sie erschreckten. Er sprach von einem großen Unternehmen, an dem er sich beteiligen wolle. Er und sein Bekannter Ernst Zahn, auch ein Maler. Die beiden hatten die Bekanntschaft eines Dritten gemacht, von dem Klein immer nur als von dem Pressburger sprach. Dieser sollte die große Sache ausgeknobelt haben. Sie ahnten, dass es sich um etwas Unrechtes handelte, beschworen Klein, sich nicht daran zu beteiligen, drohten, ihn aufzugeben. So kam der dritte Mai heran. Gegen ein Uhr mittags schickte ihnen Klein ein Zettel ins Pensionat. Er müsse sie sofort unten vor dem Hause für fünf Minuten sehen. Sie eilten hinab. Sie fanden ihn leichenblass, völlig verstört vor. Fliegenden Atems berichtete er, dass der Schurke der Pressburger ihn und Zahn, die zuletzt von der Sache nichts mehr hätten wissen wollen, den entsetzlich hineingelegt hätte. Er unterbrach sich hier. »Ah, Sie kommen.« »Ganz still«, flüsterte er und zog einen Revolver aus der Tasche. Gertrud Holt zitterte wie Espenlaub. Auch mir war siedenteils vor Aufregung. »Wir hörten in 47 Schritte Stimmen.« »So, da wären wir«, sagte Schilling. »Endlich«, meinte Bremer lachend. »So, und nun danke ich Ihnen sehr. Ich bin beim Zeichnen gern allein.« Harst hatte sich erhoben, riß die Verbindungstür ganz auf. In demselben Moment packte Schilling den Verbrecher blitzschnell bei den Handgelenken. Und alles verlief in Sekunden. Nun saß der erdfahlgewordene Bremer mit Stahlbändern um die Hände in einem Korbssessel. Auch wir nahmen Platz. »Geben Sie zu, schmiedige Ermorde zu haben?« fragte Harst, dann den Pockenabigen, der sich sehr bald wieder gefasst hatte. »Herr, Sie müssen verrückt sein«, brauste Bremer auf. »Sie werden Ihren Ton ändern«, meinte Harst gelassen. »Ich kann Ihnen genau schildern, was damals am 3. Mai vorgegangen ist. Wer sind Sie zum Teufel?« »Natürlich, Kriminalbeamter. Das ist wohl nicht schwer zu erraten. Ich habe gestern aus Wien telegrafisch über Sie Auskunft verlangt. Die Antwort lautete etwa »Zivilingenieur Bremer«, »sehr befähigt, sehr ehrgeizig, stets große Projekte, ebenso große Fehlschläge, sucht schnell reich zu werden. Spieler, Lebemann, Verschwender nebenbei.« Sie heißen also wirklich Bremer. Ihr letztes Projekt war ein Verbrechen. Als Verbündete hatten sie die bis dahin recht harmlosen Kunstmaler Klein und Zahn gewonnen. Diese mussten hier im Hotel Sonnenschein absteigen. Als Räuperts, Vater und Sohn. Klein spielte den Mann mit dem künstlichen Arm vortrefflich. Jeder glaubte, der linke Unterarm wäre nur eine Prothese. Und Zahn hatte sich ein Mal auf die Wange eingebeizt, das sich leicht entfernen ließ. Hier im Hotel sollte Schmiedeke überfallen, geknebelt und beraubt werden. Nicht ermordet, denn darauf hätten sich Klein und Zahn nie eingelassen. Sie selbst, Bremer, wohnten Pressburger Straße 5 bei der Clementine Müller. Alles schien gut zu gehen, als Klein die Reue packte. Seine Braut hatte ihm gedroht, ihn aufzugeben, falls er irgendetwas Unrechtes beginge. Auch Zahn wurde schwankend und auch er erklärte ihnen dann, dass er sich nicht weiter beteiligen würde. Die Räuperts wollten also unverrichteter Sache das Hotel wieder verlassen. Da handelten sie allein, Bremer. Am dritten kam Schmiedeke zu ihnen mit einer Anweisung. Sie schickten ihn jedoch erst eine Treppe höher zu der Regierungsrätin. Sie seien noch nicht angezogen, werden sie vorgeschützt haben. Schmiedeke zahlte also erst oben das Geld aus. Auf diese Weise riefen sie den Eindruck hervor, er wäre vorher schon bei ihnen auf seinem Bestellgang gewesen und tatsächlich hat sich dann zunächst auch niemand um sie gekümmert. Keine Spur von Verdacht fiel auf sie. Schmiedeke kam also wieder zu ihnen herunter. Sie erdrosselten ihn, packten die Leiche in den vorher besorgten Musterkoffer, legten die Ledertasche hinein und auch einen Teil der Beute. Den Sündenlohn für Klein und Zahn. Der Dienstmann brachte den Koffer, auf dem sie eine Signatur übermalt hatten, nach dem Hotel zu den Räuperts, auch den Schlüssel. Die Räuperts ahnten das Furchtbare, fanden auch die Leiche, schlossen den Koffer wieder ab und verließen, völlig kopflos geworden, das Hotel, trennten sich auf der Straße und haben sich nicht mehr seitdem gesehen. Zahn floh ins Ausland und hat von dort seinem Genossen Klein irgendwie Nachricht gegeben, dass er entkommen sei. Klein aber wollte mit ihnen abrechnen, traf sie gerade vor dem Hause Pressburger Straße 5 und wurde dann von ihnen doch schnell überzeugt, dass er als Mitbeteiligter am besten tue zu schweigen und gleichfalls zu verschwinden. Als er ihnen gegenüber erwähnte, dass er den Sündenlohn in dem Koffer auf der Leiche hätte liegen lassen und dass er den Zimmerschlüssel von 47 bei sich trüge, tauchte in ihnen ein besonderer Gedanke auf. Klein musste ihnen den Zimmer und den Kofferschlüssel geben. Unbemerkt kamen sie ins Hotel, betraten ebenso unbemerkt Nummer 47 und fesselten hier die Leiche an den Stuhl, um die Polizei irre zu führen. Tatsächlich hat man ja auch bis heute angenommen, Schmiedeke wäre hier ermordet worden. Den Sündenlohn aber verbargen sie in einem Blumentopf, der damals noch hier im Zimmer auf jener Säule gestanden hat. Dann machten sie sich aus dem Staube. Viele Tage vergingen. Sie merkten, dass die Polizei an sie auch nicht im Entferntesten dachte. Sie fühlten sich vollkommen sicher. Da suchten sie den Beuteanteil der beiden glücklich Entronnenen, den sie wohl deshalb nicht mitgenommen hatten, weil sie den Raub für alle Fälle getrennt verbergen wollten, wieder an sich bringen. Mit einer Kühnheit und Kaltblütigkeit, die ganz der Vorbereitung und Ausführung dieses Verbrechens entsprach, erschienen sie hier als Hotelgast. Inzwischen waren wir auf Fräulein Holt und Pressburger Straße 5 aufmerksam geworden. Als sie hier auftauchten, waren sie uns kein Fremder mehr. Aber heute erst hat uns der Musterkoffer mit der rosa Ölfarbe und eine in ihrem Mantel gefundene Zigarrenspitze den wahren Zusammenhang herausfinden lassen, nämlich das Schmiedeke anderswo erdrosselt und dann erst die Leiche hierhin geschafft worden war. Für all dies, was ich Ihnen hier vorhalte, gibt es Beweise. Sie sind vollkommen überführt, vollkommen. Sie sehen, dass die Kriminalpolizei doch schlauer war als Sie. Geben Sie jetzt zu, dass... Ja! Was hilft hier wohl das Leugnen? stieß Bremer hervor. Meine verfluchte Sucht, schnell reich zu werden, kostet mich den Kopf. Die beiden anderen sind nur Verführte. Ich bin kein so hartgesottener Schurke, dies nicht einzugestehen. Ich allein entwarf den Plan, gab auch das nötige Geld dazu her. Allen Respekt vor der Polizei. Hätte nicht gedacht, dass sie die Geschichte so vollständig aufdecken würde. Jetzt, wo ich dies niederschreibe, sind Gertrud Holt und Viktor Klein längst ein glückliches Paar. Die beiden gehören mit zu den vielen, die Harald Harst als ihren Wohltäter segnen. Am Abend nach der Verhaftung Bremers reisten der Gutbesitzer Schrammel und sein treuer Pfleger plötzlich ab, angeblich nach Hamburg zurück. Sie kamen aber nur bis nach der Blücherstraße in dem Vorort Schmargendorf, denn dort wohnte ja Harald Harst. Und dort empfing uns der telefonisch hinbestellte Kommerzienrat Kammler als Beauftragter der Wettgegner und nannte dann meinem Brotherrn und Gönner die neue, die dritte Aufgabe. Sie lautete, wer ist der sogenannte Einbrecherkönig Andreas Nemo?